Wir veranstalten gerade unser zweitägiges Meeting Audit and Accounting im Energiebereich von Deloitte Deutschland. Wir haben ein super diverses Team. Alle Level sind vertreten, vom Praktikanten, der gerade angefangen hat, bis zum Partner, der kurz vor der Pensionierung steht. Es ist extrem viel Energie in der Diskussion, spannende Themen und insofern sind wir auf dem besten Weg, unseren Beitrag zum Gelingen der Energiewende zu leisten. Ich habe mich heute mit Bilanzierungsfragestellern rund um das Thema Repowering auseinandergesetzt. Dieses Thema ist nur eines von vielen Thematiken im Rahmen der Energiewende, die wir mit unserem Energiesektor in Zukunft weiterhin bearbeiten und womit wir uns auseinandersetzen wollen. Mit Veranstaltungen wie dieser tauschen wir uns deutschlandweit über aktuelle Herausforderungen und Chancen im Energiesektor aus. Als Ergebnis unserer zweitägigen Veranstaltung werden wir gemeinsam einen Viewpoint über aktuelle Herausforderungen im Rahmen der Bilanzierung erstellen und unsere Best Practices im Prüfungsansatz weiter vertiefen. Pragmatische Lösungsansätze sind dabei unser Beitrag zum Gelingen der Energiewende. Bei Deloitte weiß ich die jungen und dynamischen Teams zu schätzen und dass ich früh Verantwortung und Teamleitungsaufgaben bekomme. Ich finde es klasse, dass wir uns vielfältig international weiterentwickeln können. So werde ich beispielsweise noch in diesem Jahr für 18 Monate an den Deloitte-Standort in London wechseln. Wir suchen motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich jeden Tag weiterentwickeln möchten. Wenn du Lust hast, Teil dieses Teams zu sein, dann bewirb dich bei uns.